Kann ich mir jetzt noch ansehen, was da unten war? Ja, kann ich. Gut. Das wollte ich nämlich noch wissen. Oh. Ähm. Yay? Hier komme ich nicht weiter. Äh, Moment. Abilities. Jetzt kann ich ja mal nachgucken. Zählt das jetzt? Nein, es zählt immer noch nicht als gemeistert. Greift mich mal her an. Bitte. Damit ich all meine Skills minstern kann. Damit ich Steine das Hammer-Mega-mäßige Schwert ausrüsten kann. Wie das hier? Seriously? I have no idea. Hopp, hopp. Ah, ich hätte das Eisbrand erkürpen sollen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand uns folgte. So. Sag. Wer sollte denn da auch folgen? Ganz ehrlich. Wer sollte da folgen? Und war niemand mehr. Warum hast du der Prinzessin dann sangetan? E-Mero! Denkst du, sie wird jemals aufwachen? So, ich werde... Thanks. Ach klar! Da machen sie Pause oder was? Wenn ich nur früher gekommen wäre. Es tut mir leid. Ganz ernsthaft? Ähm... Wieso machen die das da jetzt? Wieso? Leute! Ja, wer hat's geahnt? Hier sind sie. Es gibt keine Flucht. Da ist keine Flucht. Da ist Beatrix. Maul wieder. Willkommen zurück, Steiner. Wo warst du die ganze Zeit? Und sie... Und sie... Macht einen auf cool. Idioten wie ihr werden es nie lernen. Vier gegen drei? Thorn und Fond dabei, dann hab ich ein Problem. Dann hab ich echt ein Problem. Gut, Beatrix alleine. Der nächste Kampf gegen die gute Bär. Der dritte in der Reihe. Ähm... Auch wenn's ein bisschen gewagt ist, werde ich sie beklauen. Ich werde Fandara benutzen. Und auch mein geliebtes Fandara-Schwert. Storm Phoenix down. Useless Bullshit. Ähm... Ich werde Freya als Heilerin nutzen. In Anführungsstrichen Heilerin. Solange ich da niemand anderes habe. Und dann mit den dreien... Ja... Ich lass das stehen sein. Glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ob es mir das jetzt wert ist? Fandara. Aber solange sie keinen Schock benutzt... Sollte der Kampf ja null Problem werden. Wenn dann doch Schock kommt... Dann hab ich ein Problem. Fandara. So. 540 Sch... Oh... Fandara ist so genial. So, Item... Schock. Den meinte ich. Gut, ich bin vorbereitet. Combination failed. Damn it. Attack. Und wieder auf Freya. Ja, Freya kannst du angreifen. So, Steiner heilt dann erstmal... Vivi, Schock auf Freya. Dann heilen wir Freya auch noch. Ich meine, immerhin die Mero kann weiter draufknüppeln. So. Da steht sie wieder, da steht sie wieder. Du, du, du. Thundersmash. Ah, perfekt. Ja, er hat eine Rüstung an die Donne absorbiert. Warum auch immer. Item, so, jetzt aber. Eta auf Vivi. Bitte. Kura. Kura müsste sie selber heilen. Oben. Achtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das macht diesen Kampf länger als unbedingt nötig. Sword Magic. Einmal kann ich noch das Thunderer Sword raushalten. Und das wird definitiv genutzt. Komm schon. Und... Bad. Und... Nein, dann heilt er wieder. So. Schön brav. Schön brav. Komm, 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 komm. Kann sie nicht einfach sterben? Das wäre so nett. So nett, so nett. Na, komm. So eine kurze Unterbrechung, wie man sieht. Es geht jetzt aber weiter. Hoffe ich doch irgendwie, dass ich alles richtig mache hier mit Klicken und so. If not, I fail hard. So, was ist los? Ich werde alle Feinde... Klim Hazard. Also so langsam... So langsam geht mir die Olle auf den Sack. Das ist... Oh, diese... Oh, diese... Bah, diese... Hey, warte eine Minute. Du bist der General dieses Königreiches. Genau, sie muss die Prinzessin beschützen. Das ist ihre Pflicht. Das kann nicht sein. Prinzessin. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist mal so wahr. Die Königin hat ja wirklich vor, sie zu töten. Ja. Steiner, es ist Zeit für dich, die Wahrheit zu akzeptieren. So. Los geht's. Es ist zu spät, um nach Vergebung zu suchen. Aber du kannst immer noch Lilly retten. Hilf dir, Prinzessin. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Ich hoffe, das wird funktionieren. Was macht sie? Super Awesome Mega Powers. Und sie versucht's nochmal. Es ist nutzlos. Und sie versucht es ein drittes Mal. Uh, das sieht schon besser aus. Und sie steht auf. Oh. Prinzessin, bist du in Ordnung? Nö. Oh, mein Kopf, was ist passiert? Lilly. Prinzessin, yeah. Wir sind alle hier. Ja, wir sind alle hier. Was ist denn los? Da kommt das fette Monster. Punkt, 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 Punkt. Haben wir eure Majestät so? Schnappt Garnet und wirft sie ins Gefängnis. Yes, your majesty. Ich werde das nicht erlauben. Ist meine Pflicht, die Prinzessin zu beschützen? All of you, leave here at once. I'm staying. Amiro, go. Now. Ähm. Warum kämpfen jetzt gerade die beiden? Gegen die beiden? Arm frei. Nein, nicht freier. Und was macht Steiner da bitte? Wartet. Wow. Vollidiot. Oh, mein. Bänder. What the hell is this a giant dog? Doggy. Hello, doggy. Oh, mein. What the hell. Ähm. Dragon. Ja, wir fangen wieder an mit Wraith Wind. Sollte definitiv eine gute Idee für den Anfang sein. Saken. Wir können die ganz üblichen Skills von hier. Kura, Full Life, Izuna. Silent, Reflect, Blind, Holy. Holy. Und sie schläft. Oh, das ist... Das klingt gut an. Sie schläft. Sie schläft. Sie schläft. Attack. Kämpfe dieses Freya ein bisschen. Komm. Wash. Okay, dann siehst du wieder wach. Ähm. Seiken. Dann nutzen wir... Ich will Holy benutzen. Komm. Holy moly. Holy. Ha ha. Da, 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 da. Oh, das sieht doch schon geil aus. Das sieht doch... Wow, ho, 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 ho. Ähm. Das war nicht euer Ernst, oder? Da. Da.